Moin Leute und herzlich willkommen zu interessanten Informationen zu WoW 10.0 Dragonflight. Der Steinwächter, der im Dragonflight-Film zu sehen ist, also der Cinematic, heißt Wächter Korinus. Wächter Korinus wird auf den Dracheninseln anwesend sein. Wir werden ihn beim Questen sehen und ihn besser kennenlernen. Eines der größten Themen, die wir in Dragonflight sehen werden, ist Vermächtnis. Drachen außerhalb der fünf Hauptflüge bzw. Drachenschwärme werden definitiv Teil der Erweiterung sein. Es wird viele lokalisierte Bedrohungen wie die Knolle geben, aber auch größere wie die Jaradyn. Es gibt viele Lücken in der Chronicle-Erzählung über die Drachenschwärme und im Laufe der Geschichte werden wir entdecken, dass viele Protodrachen es nicht für eine gute Idee hielten, von den Titanen infundiert zu werden. Es gibt vier Drachenführer in der Primalisten-Bewegung, die den Aspekten ebenbürtig sind, von denen jeder die elementaren Kräfte verkörpert, die sie angenommen haben. Diese Bewegung gehörte zu denen, die die Gaben des Titanen ablehnten und ungehindert bleiben wollten. Diese philosophischen Differenzen führten zum Krieg. Die Drachen-Aspekte haben diese Urinkarnationen vor langer Zeit besiegt und eingesperrt, aber sie laufen Gefahr, freigelassen zu werden, jetzt da das Land erwacht. Die Drachen müssen darüber nachdenken, was es bedeutet, an diese kosmischen Kräfte und die Ordnungsmagie des Titanen gebunden zu sein, sollten sie diese Bindungen erneuern oder einen anderen Weg finden. Die Tatsache, dass Nosdormu weiß, dass er sich irgendwann in Morozon verwandeln wird, lastet schwer auf High Mind und er hat im Moment Probleme, die Zeit klar zu sehen. Der blaue Drachenschwarm ist verstreut und Kallegors Geschichte wird sich darum drehen, zu den Inseln zurückzukehren, um dort nicht viele von ihnen zu finden. Wie wird er seinen Flug wieder aufbauen? Die Geschichte des grünen Drachenschwarms folgt Meritra bei ihrem Versuch, den Mantel von Ysera anzunehmen. Die Geschichte des schwarzen Drachenschwarms wird sich um Furorion drehen und wie seine fragwürdigen Entscheidungen Geburt seine Zukunft mit dem Flug beeinflussen werden. Wir werden auch sehen, wie die Beziehung zwischen Furorion und Ebonhorn wächst, wenn sie voneinander lernen. Die Drachenschuppen-Expedition ist der Name der Vereinten Kräfte der Forscherliga und der Reliquie. Patch 925 wird beginnen, einige Änderungen zu zeigen, die auf Azeroth vor sich gegangen sind, während wir weg waren. Einiges davon war auf dem PTR verfügbar, aber einiges ist noch nicht geschehen. Die Pre-Patch-Events werden dazu beitragen, die Geschichte darüber zu erzählen, was auf Azeroth vor sich geht und wie es den beiden Fraktionen mit der neuen Führung ergangen ist. Ulderman erhält eine moderne Überarbeitung, die die richtige Portion Nostalgie hat und gleichzeitig ein neues Licht darauf wirft. Es wird neue Bereiche von Ulderman zu erkunden geben, während Alex Traser uns schickt, um Disks zu finden, die das Wissen von Hüttatür enthalten. Sprich, in Dragonflight würde es um die Titanen gehen, um die Drachenschwärme und auch so ein bisschen um Ulderman im Pre-Patch-Event. Also Ulderman wird wohl richtig krass aufgezogen und aufgebaut und wird wahrscheinlich richtig sick werden. Zur Zeit von Galakrons Untergang gab es einen großen Krieg zwischen den Drachen-Fraktionen. Die Aspekte, die wir kennen, waren die Sieger des Krieges, aber mit dem Verlust ihrer Macht während Kataklysm und dem Wiedererwachen dieser primitiven Feinde sind sie dieses Mal weniger in der Lage, sie abzuwehren. Deshalb brauchen sie unsere Hilfe. Es wird große Bösewichte in Dragonflight geben, aber es wird sich wie Mists of Pandaria anfühlen, wo es zunächst unklar ist, wer sie sind. Im Prinzip wissen wir schon, wer sie sind. Das sind wahrscheinlich Galakron, die Drachenschwärme, die alten Drachenschwärme halt, diese komischen primitiven Protoschwärme da und eventuell noch ein bisschen was mit den Titanen und ja, ansonsten mal schauen. Katka wird sich uns auf den Dracheninseln anschließen. Yay! Endlich spielen wir wieder Katka zusammen. Der war ja zuletzt in Legion für uns aktiv, aber seitdem war er weg und jetzt kommt er wieder zu den Dracheninseln. Let's go, Katka! Anduins Zukunft in der Geschichte wird während Patch 925 einige Fragen beantworten. Er wurde durch seine Erfahrung mit Domation, Domination Magic vom Jailer Halt für immer verändern und wird wahrscheinlich vorerst als König von Sturmwind zurücktreten. Die Fraktionen werden einen unbehaglichen Waffenstillstand in der Zukunft beibehalten mit Gruppen, die Frieden wollen und anderen, die die Vergangenheit nicht vergessen werden. Sie werden immer noch die separate Kontrolle über ihr Land behalten und sie werden in naher Zukunft keine Orks in Sturmwind herumlaufen sehen. Es wird bedeutende Endgame-Bereiche in allen vier Zonen von Dragonflight geben. Die Zonen sind viel größer als die Zonen von Shadowlands. Die Zonen haben viel mehr Tiefe und Freiraum. Normale Reittiere können am Boden verwendet werden, aber nicht zum Fliegen am Start. Also am Anfang von Dragonflight werden wir nicht fliegen können in den Dragonflight-Gebieten, sondern nur mit diesen Drachenreiten werden wir wahrscheinlich erstmal fliegen können. Ansonsten müssen wir halt normal auf dem Boden rumreiten mit den normalen Boden-Mounts halt. Sagaras Schwert in Silithus ist zu diesem Zeitpunkt nur noch ein großer Splitter. Die Geschichte wird sich auf die Dracheninseln konzentrieren, aber die alten Zonen werden keine bedeutenden neuen Dinge in Dragonflight enthalten. Der Evoker bringt einen neuen Stil in den Fährkampf-DPS, so wie der Dämonenjäger ihn in den Nahkampf gebracht hat. Das Team spielt mit Möglichkeiten, die Gesichtsform des Trakteurs auch außerhalb des Einsatzes von Drachenfähigkeiten im Kampf nutzbar zu machen. Sie erhalten einen Talentpunkt pro Level, abwechselnd einen Klassenpunkt und einen Spezifikationspunkt. Viele der Paktfähigkeiten werden in den Talentbäumen wieder eingeführt. Shadowlands wird nach dem Ende der Erweiterung zum 10-60 Chromie Time-Leveling hinzugefügt. Die alten UI-Textur-Optionen können nicht mit der neuen UI umgeschaltet werden. Handwerkstische werden benötigt, um wichtige Gegenstände herzustellen. Das Team würde gerne den Surfer-begreifenden Handeln zulassen, aber es ist noch viel Arbeit erforderlich, um sicherzustellen, dass es keine Exploits oder Probleme gibt. Und zu guter Letzt keine Neuigkeiten darüber, ob die PlissCon jemals wieder zurückkehren wird oder halt nicht. Weiter geht's. Es gibt keine Dragonflight-Covenants in der Erweiterung, also Pakte, was bedeutet, dass es keine Quests gibt, die hinter verschiedenen Covenant-Systemen oder ähnlichem gesperrt sind. Das Team redet immer noch darüber, was man mit Alternativen zum Leveln machen soll, aber sie möchten, dass die Spieler wählen, wie sie sie leveln, anstatt etwas so Spezifisches wie Threads of Fades aus Shadowlands zu haben. Dazu gehören Dungeons und Nebenquests in allen Zonen außerhalb der Hauptkampagne. Dragonflight findet nicht so lange nach Shadowlands statt, also zeitlich gesehen. Es gibt keinen verrückten Zeitsprung oder Aufwachmoment. Traktür haben in ihrer drachonischen Form keinen Fortschritt zu ihrer persönlichen Form des Fliegens, aber sie werden in der Lage sein, abzuspringen und zu tauchen, beziehungsweise zu gleiten in der Luft. Ab sofort sind Traktür im Kampf immer in Drachengestalt. Es gibt viel mehr Anpassungsmöglichkeiten für die Traktürform als das, was im Video gezeigt wurde. Die Spieler können damit rechnen, den Tor so schlanker oder auch etwas voluminöser zu machen. Die Rüstung kann im Barbershop angepasst werden. Traktürformen zeigen ihre Schultern, Wappenröcke und Gürtel. Das Gesichtsformular zeigt alle Rüstungen. Sie können Gesichtsform, Schnauze, USB anpassen. Traktürs Evokers wird im Pre-Patch spielbar sein. Das ist eine sehr interessante und wichtige Information. Also wir können zum Pre-Patch-Event dann auch schon die neue Klasse und Rasse spielen und vorbereiten. Es sind vier verschiedene Drachengefährten-Körpertypen verfügbar. Proto-Drache, Velocie-Drache, Pterodax-Körpertyp, Weihwehren-Drache und Erpel-Erpel-Drache. Was auch immer das sein soll, aber okay. Die Velocie-Drachenform hat einige sehr unterschiedliche Schnauzenanpassungen, einschließlich Nashorn-Schnabel oder Pterodactylos aussehen. Drachenanpassungen werden aus vielen verschiedenen Quellen fallen gelassen. Es gibt eine überwältigende Menge an verschiedenen freischaltbaren Optionen. Drachenanpassungen sind rein kosmetisch und wirken sich in keiner Weise auf Drachenreiten aus. Arbeitsaufträge ermöglichen es Spielern, die den Beruf nicht haben, Bob-Handwerksgegenstände einzuschließen, die der Handwerker verwenden kann. Spezialisierungen haben Bäume, um Überstunden abzuarbeiten. Baumpunkte umfassen Optionen zur Erhöhung der Herstellungsgeschwindigkeit, Inspiration, Möglichkeit, zusätzliche Duplikate, dasselben Gegenstands herzustellen, kritische Herstellung, bessere Qualität und so weiter und so fort. Neue Spieler beginnen immer noch in Exiles Reach und nutzen dann die Battle for Azaroth-Zonen als ihre 10 bis 60 Erfahrungen, bevor sie direkt zu den Dracheninseln gehen. Das Team diskutiert noch, wie man Soul Shape für die Zukunft angehen kann. Drachenreiten ist derzeit nur auf den Dracheninseln verfügbar. Wald Draken wird einen ikonischen Bereich haben, der die Spitze des Wimru-Tempels ähnelt, wo die Drachenführer alle in ihren Drachengestalten sein werden. Wald Draken ist der höchste Punkt der Dracheninseln. Es wird wirklich Spaß machen, von ihm zu springen und mit deinem Drachen zu verschiedenen Bereichen zu schweben bzw. zu gleiten, zu diven. Für die Expedition wird es in jeder Fraktionshauptstadt neue Docks geben. Sie haben Heritage Armor nicht vergessen. Und jetzt, da wir nach Azaroth zurückkehren, gibt es Raum, diese Geschichten zu erzählen. Das Team betrachtet den Beruf Archäologie jetzt als Inhaltsangebot und nicht mehr als Beruf. Das Team diskutiert neue Rassen- und Klassenkombinationen. Keine Bestätigung dafür, dass es ein Duckmount geben wird, bzw. halt Entenreitier. Sie hoffen, die Rassen- bzw. Klassenbeschränkungen der Traktörer in Zukunft aufzuheben, aber das ist zu diesem Zeitpunkt nur eine Hoffnung. Also es kann in Zukunft sein, dass wir die Traktörer auch als Paladin oder sowas spielen können, also andere Klassen, aber aktuell wahrscheinlich zu den Dracheninseln wird es nicht passieren. Der Erpel jeder Person wird wahrscheinlich nie gleich aussehen, weil die Anpassungen so umfangreich sind. Die Benutzeroberfläche für die Drachenanpassung ist im Wesentlichen ein Drachen-Frisörladen. Das Team möchte nicht dieselben Probleme wiederholen, die sich aus Threats of Fate in Shadowlands ergeben haben. Sie möchten, dass die Spieler wählen, was sie zum Leveln tun möchten. Die Pre-Patch-Events werden voraussichtlich zwei Wochen dauern. Also das Pre-Patch-Event dauert wahrscheinlich zwei Wochen. Und in diesem Pre-Patch-Event wird man auch schon die neue Klasse und Rasse spielen können, also die Drachen. Die Uldamen-Überarbeitung wird während des Pre-Patch-Events auf Stufe 60 verfügbar sein. Also Uldamen scheint auch Teil des Pre-Patch-Events zu sein. Die Dracheninseln liegen im Nordosten von Azeroth. Die Dracheninseln sind einer der größten Kontinente, die Blizzard je erschaffen hat. Auch Tyrande wird in der Geschichte eine Rolle spielen. Wir werden mehr über Galakrond erfahren. Ein paar kleine Änderungen werden in Kalimdor und den östlichen Königreichen stattfinden. Diese beinhalten die Anwesenheit bestimmter NPCs und die Entwicklung der Verlassenen. Also die Untoten. Die ideale Länge für das Race to World First beträgt etwa 10 bis 11 Tage, aber das Gleichgewicht für die Top-Game zu finden ist eine echte Herausforderung. Es gibt keine Azerith- oder Artefakt-Energiesysteme in Dragonflight, aber ein Fortschrittssystem wird offensichtlich ein Teil davon sein. Es wird keine Drachenformen für Droiden geben. Blizzard wird weiterhin den Zeitrahmen bestimmter Freischaltungen kontrollieren, also Timegating wird es weiterhin geben. Sie mögen es nämlich, wenn einige Dinge für alle Spieler gleichzeitig freigeschaltet werden. Die Geschichte von Dragonflight wird traditioneller und weniger konzeptionell wie Shadowlands sein. Das Team versucht mit grundlegenden High-Fantasy-Konzepten zu einem bodenständigeren Abenteuer zurückzukehren. Es wird auch in Zukunft kosmische Abenteuer mit großen Bedrohungen geben, sprich 11.0, 12.0 wahrscheinlich. Die Geschichte von Dragonflight erfordert nicht, dass sie Shadowlands gespielt haben, um sie zu verstehen. Ja, und damit war es das auch mit den interessanten Informationen für Dragonflight. Ich finde, das sind sehr viele interessante Informationen zu allen möglichen Aspekten des Spiels. Und deswegen habe ich die einfach mal für euch vorgelesen auf Entspannt. Ansonsten dürft ihr mir gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen, haut da rein, ciao, ciao. Und dann würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen.